Und die nächste Runde. Ich schreibe am Anfang immer, ne? Und, und, und. Es geht in die nächste Runde und ich werde schon gesnipet. Das ist ganz schön scheiße. Okay, ich habe extra die Map gerade gewählt, weil ich eigentlich ein bisschen snipen möchte. Weil ich musste es ja irgendwie mal wieder raufkriegen hier, ne? Bam, Alter, hast du gesehen? Den hat er richtig hart gefressen. Da hat er meinen Dill mal richtig hart im Mund genommen, ey. Alter, Schwede. Oh, was? Der war nicht drauf. Heftig. Weg. Ja, hier kann man nicht durchschießen wie ein CSGO, ne? Oh, von wo? Hä, von wo hat denn der geschossen? Keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht gesehen. Round start! Ah, hier ist nicht so viel los, ne? Ich glaube, wirklich snipen können wir hier jetzt auch nicht. Ach, Kacke. Kick Torred! Mein Gott, lass die doch mit Torred spielen. Das gibt Wege, die wegzuhauen. Okay, das ist böse. Oh shit, wo hat er hingezählt? Keine Ahnung. Bestimmt in die Base. Okay, auf dem Dach. Habe ich gerade nochmal gesehen, den Namen. Round start! Oh, jetzt glitscht der Pisser da. Ah, die ist zu kurz. Ach, Kacke. Also mit dem Sniper nerf geht der Oma aber schon wieder. Dass man da höchstens irgendwie den Arm sieht und dann ist er auch schon zack und düster. Das kann noch nicht wahr sein. Jetzt drehen wir wieder gut auf den Sack hier, ne? 3, 6 ist natürlich nicht so Premium. Round start! Ich werde einfach mal gucken, dass ich meine KD-Hochtreiber hier ein bisschen platziere. Oh fuck, ich habe gerade um den Sniper aussehen können. Scheiß nicht. Voll weg snacken können. Habe ich nicht dran gedacht. Nice. Ach, Kacke. Ach, das steht da hinten zwischen Zaun und dem Stein, glaube ich, ne? Boah, gab es hinten nicht auch so einen guten Sniper-Punkt? Äh, jetzt ist schon einer. Kann man den auf dem Dach nicht da gut wegkriegen? Ne. Was du kannst, kann ich auch, mein Freund. Das, was der kann, kann ich auch. Was der sich natürlich verpissen kann und woanders Leute abknallen kann. Das kann ich nicht. Guck mal, das ist voll drauf, weißt du? Ich bin voll drauf und es geht nicht. Und sowas suckt. CA, Leute, ey, macht bessere Hickboxen, sodass du, wenn du wirklich auf den Kopf zielst, auf den Kopf triffst, Mann. Und nicht da irgendeine andere Textur wahrscheinlich den Weg blockiert, obwohl die durchsichtig ist. Man nur einseitig rausschießen kann. Bestimmt nur ein Texturenfehler, die ganzen scheiß Fuckwitches. Fuckwitches. Ach, scheiß. M4A1. Na, Quatsch. Das war das nochmal die CQB, ne? M416. Ah. Aber wie schreibt ihr immer so schön? M416 CQB ist für Noobs. Voll die No-Skill-er-Waffe. Planting your mind. Ja, scheiß Huren, Alter. Fuck, ich war gar nicht im Rampage-Modus. Okay, Pisser-Snipe da oben weggeballert, ey. Scheiß Hure. Boah, ich krieg schon wieder Aggression bei dem Spiel. Das ist der Wahnsinn, ey. Oh, Campers, Campers. Campers, so hard. Tommy. Oh, shit. Wo hat man eigentlich diese GP-Kiste hergekriegt, wo ich die 32.000 rausgezogen habe? Wo kommen die eigentlich her? Bei irgendeinem Event oder so? Weil ich hab irgendwie geguckt, neue Maps und so gibt's da überhaupt nicht, wa? Also komplett gar nicht. Ich hab da jetzt nichts gesehen. Neue Modi war da jetzt auch nicht unbedingt bei. Texturen, Alter. Und trifft er wieder ein. Aber Siggi, natürlich trifft er wieder ein. Da sitzt jetzt immer eine, alles klar. Schnauze. Oh, den Nate liegen lassen. Cool, damit ich schnell noch ein paar Minen legen kann. Ah, eine. Eine hab ich noch hingekriegt. Aber wir führen gerade. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Was? Den hab ich nicht gesehen. Oh, die Dools gibt's noch. Oh, geil, Alter. Boah. Die Dools sind so porno, ey. Oh, shit. Der hat hart gesessen, Alter. Der hat richtig hart gesessen. Wie die mittlerweile so warten. Alter, wo leute, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Da so, circa. Und? So. Auch nicht. Oder steht da gerade keiner? Oh, ne. Die war nichts. Ich kann sie sehen. Oh, shit. Ich werde dann mal versuchen, über die Küste zu kommen. Oh, es sind nur noch elf Kills. Leute, ey. Ich muss schon einen machen. Einen muss ich Minimum noch machen. Shit. Ah, der Typ da oben. Regis sitzt wieder oben. Dieser Stricher. Ja. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Runde. Ciao.